Okay, was? Das iPhone-Logo ist einfach ein versteckter Knopf. Hey, ich bin Kathi, wenn du mehr hier von sehen willst, folgt mir gerne. Geht dafür in den Einstellungen auf Bedienungshilfen und tippen. Und scrollt hier ganz runter bis hinzu auf Rückseite tippen. Geht dann auf Doppeltippen und wählt hier eine Funktion aus, die ihr häufig braucht. Ich habe mich für die Taschenlampe entschieden. Und sobald ich jetzt zweimal auf das Apple-Logo drücke, geht die Taschenlampe an. Wusstet ihr schon, dass das geht? Schreibt es mal in die Kommentare.